Hunderte Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress, den Präsidentenpalast und das oberste Gericht in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Die radikalen Bolsonaro-Anhänger erkennen den Wahlsieg des seit Jahresanfang amtierenden linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Duda da Silva nicht an. Erst nach mehreren Stunden konnten Sicherheitskräfte die Situation wieder weitgehend unter Kontrolle bringen. Justizminister Flavio Dino erklärte vor Journalisten, die drei erstürmten Gebäude seien vollständig geräumt worden. Mehr als 200 Menschen wurden Dino zufolge festgenommen. Präsident Lula, der sich zum Zeitpunkt des Angriffes in der südöstlichen Stadt Araraquara aufhielt, nannte den Angriff so wörtlich beispiellos in der Geschichte Brasiliens. Die Angreifer nannte er faschistische Vandalen.